Hey, herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. Hey, danke. Auch dir zurück. Ah, so sieht's aus. So, jetzt kannst du da weiter an deiner Tür rummachen. Geil. Wo ist meine Tür? Da ist meine Tür. Partner, warte auf die Tür. Ich muss mitmachen. Ohne mich kannst du nämlich gar nichts tun, Lutscher. Ja, dann mach auch mit. Mach ich doch. Ja, und jetzt? Tja, keine Ahnung. Ah, guck mal, da hat was... Ah, hab ich gemacht. Partner wartet an der Tür. Ellys SOS kommt von weiter drin im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Setzen Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. Okay, 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 okay. Ich wollte schon wieder auf dich schießen, aber es geht einfach nicht. Hier liegt eine Tesla-Spule. Oder einen Tesla-Kern. Was? Hier haben wir eine Leiter. Ich geh mal da hoch gucken. A2-Kissen. Mein Gott. Überall Särke. Sieht nach einer Art Begräbnis aus. Ihr Exekution. Ja, hier liegt nur irgendwas. Später von der Waffe zu bauen. Braucht dich hier. Haltflecken an der Wand sind in den Kopf höher. Ja, wolltest du das nicht haben? Kein gutes Zeichen. Da oben. Ich mach dir mal Licht, dass du nicht hinfällst. Das ist nett. Ja, so bin ich. Manchmal. Hier, du leuchtest auf meinen Hintern jetzt. Oh mein Gott. Spruch dich. Du, beim Runtergehen hast du dir am Arsch gekratzt. Geil. Ja. Du kannst wieder nichts alleine. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shop geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Upgrade-Plantine. Hier liegt auch eine. Hast du gehört? Jo. Da hinten in der Ecke. Hier oder was? Ja, in so einem Spind. Wo hast du die Platine denn her? Äh, die lag da. Ja, genau da. Lacht da eine drin? Eine Upgrade-Plantine? Hier drin? Nee. Ah, siehst du dann... Sind die nicht... Für jeden da? Aha, okay. Ab jetzt alles meins. Na, richtig. Ja. Was haben wir denn? Okay, gib mir das mal. Eine Waffe herstellen. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit all den Teilen, die hier herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Aha. Ja, ja, das krieg ich alles schon da raus irgendwann. Was soll das hier? Oh, weia. Willkommen bei der Bank. Oh, das kann nur schief gehen. Benutzer, Menü-Planer, Waffen-Planer. Erstmal jetzt zur Bank. Mit F zurück. Herstellen. Perfekt. So, also ich bin fertig, glaube ich. Boah, viele Pläne gibt's, ne? Alter Scheiße. Ja, schon ein bisschen. So, aber jetzt mal schön die dicke Wummel rausgepackt hier. Äh. Oh, er läuft immer bis zu einer kleinen Pipi-Kanone rum. Ja, ich hab mir jetzt mal die aufgewertet. Wieso? Weil ich nur dafür einen Teil hatte. Beziehungsweise das ist nur Nachladen plus eins hatte ich nur. Wieso? Du solltest dir eine andere Waffe nehmen. Du hast doch auch eine gekriegt, oder nicht? In der Bank müssten zwei Waffen liegen. Okay. Ganz rechts. Einmal ein bisschen nah und einmal, äh... Vermittler. Ah, ja. Vermittler. Was hast du genommen? Äh, die dunklere. Die linke ist es, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Missionar. Ja, richtig, Missionar. Ach, ich drück immer, wenn ich aus dem Scheißmenü will. Er ist zäh. Während du da unten guckst, geh ich mal hier hoch. Was? Hochgehen, nicht treten. Hier liegt schon mal eine Kiste. Mit... Somat-Gel. Das ist für die Spülmaschine. Wollte ich gerade sagen. Gibt es davon nicht eigentlich Tabs? Aha. Ja, das ist jetzt das Gel. Geil. Ist, glaube ich, schon dafür die Umwelt. Ja, das ist in so einem, in so einem, äh... In so einer löslichen Plastik... In so einer löslichen Plastikfolie, weißt du? Aha. Ja. Dann machst du einfach so einen Gelbeutel rein und dann hat sie die Sache. Also hier auf der anderen Seite brauchst du nicht kommen, hier ist gar nichts. Dann komm ich mal wieder runter und dann muss ich dir wahrscheinlich wieder helfen, weil es alleine nicht hinkriegt, oder? Ja. So sieht's aus. Ja, richtig. Habe ich mir doch schon gedacht. Warte auf Lully steht bei mir. Da komm mal die Wummer. Ja. Okay. Gut. Da steht er aber, da, da muss, die muss ich immer erst aufladen, wenn du mal schießen willst, ne? Ja. Egal. Ja. Da verschießt sich einmal und dann ist alles tot. Ja. Ja. Inklusive dir. Verdammt. Oh, ich habe glaube ich einen Predator gehört. Oh. 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 wiązutologin im Kino. Oh, Munition rechts. Ich hab irgendwas gehört. Da oben hängen sie an der Decke. Da und da. Da rechts ist Munition. Nicht vergessen. Oh, andere Seite. Oh. Hast du das gesehen? Du hab ich's gegeben, ey. Alter, du Scheiße. Schön eine rausgehauen. So, was hast du gesagt? Hier wär was? Munition? Ja, rechts. Da sind die zwei Spinnen. Mann, es hat hier dunkel. Muss ich Helligkeit ein bisschen hochstellen. Hilft meistens. Das tut mir leid. Geh mir das. Hier haben wir ein Artefakt. Ha! Medipack vielleicht? Oh, das gefällt mir gar nicht, ey. Das war von draußen. Aber da drüben. Da hängen sie wieder. Hast du das gesehen? Schreie. Fuck. Drauf schde ich immer drauf auf den Kopf. Und auch mit dem Fing. Oh, mit dem Stock auch noch mal. Ah, hier haben wir noch ein Safe mit Altmetall. Hier haben wir noch eine Platine, einmal Feuerwarte. Hast du irgendwas gemacht? Oh, 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 oh. Da raufst du ab. Immer auf den, komm! Was? Was machst du da? Ich gebe vor. Das wird ja sonst nix. Partner brauchen mehr Platz. Mal gehen mal weg da, du Fetti. Alter Fettsack. Einer Fettmobster. Lockiert erst mal die Treppe. Oh. Trocker alt. Ach so. Da unten haben wir noch ne Kiste. Jetzt hab ich das aber irgendwo weggeschossen. Nee. Ach nee, da. Okay. Oh nein. Oh. Oh, das Vieh sieht fies aus. Da links war noch eins. Na, du krank Schwein. Oh, oh. Na, guck mal, hab ich geregelt. Gut, ne? Ja. Oh, was ist das? Wo schießt. Was? Wo schießt? Wo schießt? Was? Wo schießt? Wo schießt? Landen. Hier hinten haben wir irgendein Dex-Lok. Bisschen Munition. Und das war's auch schon. Und das war's auch schon. Und das war's auch schon. Ich geh vor, wie immer. Partner braucht mehr Platz. Bist so ein fitzer. Du bist im Fettige, ey. Blockierst du mal alles. Was? Da hätte ich mich ja ein bisschen nass gemacht. Oh, sind Sie da? Ja. Ja, ich bin hier. Das sollte Sie erst mal aufhalten. Gut. Das SOS kommt von irgendwo direkt über mir. Und ich glaube, ich habe den Hauptgenerator des Schiffs gefunden. Wenn ich die Stromzufuhr wiederherstellen kann, sollte sich der Übergang für Sie öffnen. Was ist mit Ihnen? Hier gibt es einen Aufzug, der direkt zur Spitze hochgeht. Ich treffe Sie an Allys Koordinaten. Ah. Was? Kannst du runtergehen? Äh. Warum bleibt das Ding nicht unten? Ähm. Vielleicht. Weil hier zwei sind. Wir müssen... Ach ja, einer muss das Ding runter machen und der andere muss wahrscheinlich oben. ...irgendwas machen. Ah, da. Soll. Ah, weiter. Und zack. Dann bleibt es so. Oh, Alter. Alter Scheiße. Oh, mein Gott. Ich kann nicht an dir vorbeischießen. Oh, von hinten auch. Wo sind Sie? Was ist... Was ist hier los? Was... Was ist passiert? Äh. Guck mal hier, bitte. Ich gehe gerade drauf. Oh, geil. Alter Scheiße, da hat mir irgendwas ein Bein abgerissen. Äh. Reicht schöne Runde verkacken. Ah, ha, 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 ha. Ach, ja. Drehst du? Was machst du? Irgendwas mal gemacht? Ja, du musst auch... Wir müssen das auch schon gleichzeitig machen. Das bringt nichts, wenn du das an einem runter machst und ich am anderen. So. Ah, okay. Warte. Ne, mach nochmal runter. So. Ah, das sieht doch besser aus. Neu jetzt. Ja, perfekt. Oh, da. Ich hab da Schnei gesehen. Ja, da kommt was auf uns zugelaufen. Au, au. All die Scheiße. Ja, ich hab dich ja. Oh mein Gott, nochmal. Aha. Ne, ich wäre fast schon wieder draufgegangen. Ich glaube, ich muss ja nicht nur auf die Gesundheit achten. Ja. Ja, weniger fast food, mehr sport. Richtig. Das gefällt mir gar nicht. Oh nein. Aber es sieht aus, als würde jetzt... Nichts passieren. Dafür, wenn wir jetzt die dritte Rolle unten haben... Aber geht's richtig auf. Glaube ich, dann... ...geht hier ordentlich die Party los. Wolltest du nicht so Pommes wurde? Ja. Was? Ja. Ja. Äh. Side space. Oh mein Gott. Ah, hielt sich ja noch in Grenzen. Joa, das Wicke-Viel kommt bestimmt gleich. Hä? Nee, Timothy. Soll ich von Sascha grüßen? Ja, grüß mal zurück. Was? Wieder in Olo-Konto-Daten. Dann sind wir aber schon wieder fertig. Oh. Ja, es geht immer viel zu schnell rum. Oh, verdammte Kacke. Und diese verkackte Monat dazwischen, das ist so nervig. Ja, das ist schon so krass. Da hat man schon mal vergessen, was man vorher gemacht hat. Richtig. Ja, ja. Das ist schon ein bisschen übel. Ja. Na, dann sehen wir uns im nächsten Monat wieder. Ja. So Fazit zum Spiel, hast du das noch? Fazit zum Spiel, Fazit zum Spiel, das ist... Garfix, Spielbarkeit, Gameplay. Äh. Story. Gut. Bis jetzt gut. Bis jetzt gut. Komm und zocken. Geht schon klar, ja. Oh, dann haben sie die 150 Euro gelohnt bis jetzt. Ach, locker. Dafür, dass man sich noch die ganzen Packs kaufen muss. Richtig. Aber geht schon. Geht schon. Na ja. Grüß dich mal hier. Mag, mag sein. Mag sein. Mag sein. Oh mein Gott. So. Jetzt ist es aber gut. Ja. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.